Hallo. Jetzt nicht wieder so ein Scheiß wie mit dem Kessel hier. Also... Hallo, mein Name ist Hand of Blood und ich liebe meinen Beruf. Er erfüllt mich auf allen Ebenen des Seins. Wie ihr den Titel schon entnehmen könnt, spielen wir heute Kajak VR. Dafür brauchen wir natürlich ein Paddel mit Sensoren. Und das. Ach du Scheiße. Also das Erste, was mir schon mal auffällt. Ich war ja früher beim Kanu Polo im Verein. BKC, Braunschweiger Kanu Club. Richtig. War noch ein paar Mal Deutscher Meister. Also nicht ich, aber die. Und ich wurde eher gemobbt. Und beim Kanu Polo brauchst du eigentlich so eine Neopren... ...Dingsfolie. Das spannt hier rüber, damit kein Wasser reinkommt. Das fehlt jetzt hier, Adi. Dafür hat das Geld nicht gereicht. Ich verstehe. Also ich kann jetzt hier keine Eskimo-Rolle machen. Haben die jetzt mittlerweile umgenannt? Weil Eskimo ist ja jetzt nicht so politisch korrekt. Naja, aber ich kann euch sagen, damals das Erste, was man gelernt hat, ist... So. Äh... Ja, heute werden wir Kanu fahren hier. Das klappt ja. Okay, jetzt probieren wir mal. Alter, was? Ich bewege mich durchs Büro. Das ist krass. Fun-Fact. Ich wollte meine Regie-Redaktion dazu nötigen, das wirklich auch in einem Pool zu machen. Hatten die keinen Bock drauf wegen... Äh, Henno, aber die Technik, die wird dann nass. Und wir kacken doch Geld hier. Das ist geiles, ja? Du hast ja keinen Wasserwiderstand. Oh mein Gott! Junge, da kickt die Motion Sickness aber anders rein. Alter, was? Ich hab ja hier wirklich was. Boah, eine schöne Stulle haben wir da drin, ne? Ja, ist ja aber auch hier schön, die Homebase. Ich würde sagen aber, wir begeben uns mal auf eine schöne Map. Papagayo, Costa Rica. Boah! Heilige... Äh, Makrele. Gut, dann, äh, fahren wir jetzt einfach mal aufs offene Meer, ne? Meine Fresse. Alter, jetzt hab ich hier richtig Wellengang. Äh! Boah! Ich kotze hier gleich so rein. Äh, Alter, das... Siehst du, ich hab hier keine Spritzschürze, oder wie die Scheiße heißt. Ich versuch mal, richtig weit rauszufahren. Da kann man ja auch richtig Roadtrip hier machen, wa? Oh, da ist ein Fisch! Oh Gott, ich bin fast gekentert! Wo ist der? Komm hier, Fischi, Fischi, Fischi! Komm hier, Fischi, Fischi, Fischi! Der war doch irgendwie nicht hier. Ey! Was ist hier los? Jetzt ja weg! Oh! Er ist mir ins Boot geschmungen! Oh! Na ja, ich würd sagen, den verwahr ich. Hä? Ich hab ne Propeller-Cab an? Was ist das für ne Scheiße? Oh, hier ist ja wirklich eine. Na ja, Costa Rica hier. Oh, der Style. Hilten alle. Ursprünglicher Plan, wir fahren mal raus. Jetzt ist die Frage, wie weit kann man hier raus... Ah! Wird doch auch nass hier auf Costa Rica. Also, ja, wer mehr hier langfährt... Naja, zieh ruhig an, du Arschloch. Ja, ach komm. Wieder auf meine Kosten hier. Ja, oh, hahaha, wir machen Hennonas, haha. Wir sind die Redaktion. Als ob bei den Temperaturen hier, äh, Nieselregen wär. Ihr seid doch dumm. Ihr seid so dumm. Deshalb auch euer Gehalt, ne? Rein grafisch. Das ist ja ne Hammergrafik auf wie das Wasser und das ist ja heftig. Äh, aber hier ist ja ja nix los. Hier ist ja... Oh nein, ein Hai! Oh, er umkreist mich. Hi, ich bin's. Jörg, du Arschloch. Der ist bestimmt aggressiv. Ah! 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 Ja! Falco, fast! Da wär ich fast drauf gegangen, Alter. Ja, das ist mir jetzt zu viel in Costa Rica. Äh, ich glaub ich mach jetzt erstmal Lunch. So, erstmal hier schön auf dem Ozean. Wir haben ja vorhin noch vom Bäcker, äh, Ich hab mir ne schöne Stulle geholt hier. Aber ich seh sie gar nicht. Nein, Falco, bist du hier? Äh, aus! Falco, raus aus dem Wasser! Ah, Mensch. Bei so nem schönen Wetter. So kann man leben. So, pass mal auf. Äh, Costa Rica ist ja schön und ju. Tolles Wetter, aber mir ist das auch ein bisschen zu heiß. Ah, jetzt. Schön nach Norwegen. Ach du Scheiße! Was ist hier los? Ich bin ja mitten im Sturm geraten. Oh Gott, oh Gott. Raus aus dem Wasser, wenn hier... Oh, jetzt pisst's auch noch. So, schnell raus aus dem Wasser. Junge, das blitzt ja in den Ocean. Oh Gott, hä 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 hä. Jetzt noch mal raus hier. Seh doch nur Klippen. Ey, das muss ein Felsbrocken gewesen sein. Oder war das Falco? Boah, mir wird schlecht, ey, boah. Arschlecken, Sam, du bist schweil. Das ist der Riederschnitt hier. Oh, hoppala. Junge, ich spritz mir aber in die Fresse. Also, äh, das Wasser. San... San Tier? Da hockt ein Hund? Oh! Boah, jetzt aber hier richtig sturm nochmal. Jetzt werd ich ja knitscht, das Tier. Scheiße, ist das ne... Ist das ein Shitwetter, ey. Da fand ich aber Costa Rica irgendwie besser. Das zieht ihr in Norwegen. Das ist ja der Hammer. Falco, Falco. Äh, Falco. So, komm. Komm aufs Brot. Hier ist noch Platz. Ja, ja, hallo. Hab ich dich gerade so aus dem Sturm geholt, wa? Komm, wir legen ab, wir fahren zurück nach Costa Rica. Ah. Ja, so ist besser. Wie find's das? Hä, Falco? Naja, komm. Falco, äh, hopp. Äh, ab. Ab. Falco, hier, hier. So kann ich nicht paddeln. So Falco, ich lass... Oh Gott, ich kent er gleich. Hör mal. Ich lass ihn meins Wasser. Hoppala. Viel Spaß, Falco. Ich brauch andere Klimazone. Das ist doch scheiße hier. Hier ist ein Fisch. Komm hier, Fischi, Fischi. Oh Gott, ist das kalt. Mann, wieso macht ihr mir so eine Scheiße, welchen Fisch sehe? Oh, der ist hier gerade langgesaust, glaube ich. Manche Fische springen ja so, äh, manchmal auch so über Boote. Wo ist meine Angel? Den krieg ich die Sau. So. Ich bin ja auch Fischer. Äh, ich bin ja Fischermens, Frenz. Hey, was ist denn hier? Die Lampe. Welche Lampe? Achtung, da vorn. So, mal gucken, ob was anbeißt. Komm hier. Ja? Warum machst du hier nen Kopf? Wovor hast du Schiss? Oh, jetzt zieht was. Äh, hier, hat doch wer angebissen. Schnell. So. Irgendwie glaube ich. Oh. Ja, nee. Hä? Oh. Ich hab ihn. Der ist mir fast... Der ist mir fast ins Boot gesprungen. Ja, hab ich nen Fisch. Geil. So, dann kann ich ja wieder einfahren hier. Ach. Dann verwahr ich die mal wieder. Die muss... Die hab ich ja immer dabei. Oh. Oh Gott. Äh, äh. Ach so, ja. Dann sitze ich hinten auf. Anscheinend hat mein Charakter sich umentschieden und musste sich neu positionieren. Da ist ein Fisch. Der entwischt mir jetzt nicht. Mann, der entwischt mir. Ich brauch schnell ne Angel. Nein, nein, nein. Wo ist der Fisch hin? Da. Ne, der ist weg. Ihr seid doch bescheuert. Ich will einmal hier nen Fisch fangen. Uh, die Eischrolle. Ne, wie früher beim Kanupolo. Ich hau die weg. Ich mach die Übel kaputt. Na so. Ah, das ist felsenfest. Also Arschlecken, Klimaerwärmung. Hier schmilzt gar nichts. Ah, erstmal was trinken. So. Ah. Er knackt noch. Die Knapschen da hin. Tausend Brüdern. Äh, Pinguine. Da drüben. Guck mal. Hallo. Fass die. Äh, Möwe gefangen. Hallo. Oh, da ist einer direkt. Hallo. Haha. Kleiner Pinguin. Hallo. Ja. Guck mal aufs Boot. Oh, kleiner Mann. Haha. Oh, der ist ja zahm. Der ist ja handzahm. Ja. Mensch. Kleiner Pinguin. Fein. Ei. 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 Alles gut. Ich liebe dich. Ja, Leute. Das war mal wieder ein kleiner Ausflug. Mit dem Kajak mache ich ja häufiger. Privat. Ich wollte es jetzt heute mal zeigen. Ich erlebe immer Abenteuer. Ne? Treff hier meine Freunde. Ich verabschiede mich. Alles gut? Haha. So. Da kannst du verpissen. Wunder. Flutsch ins Wasser. Ach. 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 Ach.